Die Zuschauer, die fehlen uns. Gerade beim Ostderby haben wir immer etwas ausgemacht. Das vermissen wir schon, aber mir ist es wichtig, dass alle Sieger sind und dass wir alle gesund bleiben. Wir freuen uns sehr auf das Spiel, trotzdem. Wir haben eine riesige Chance, die Abstand zu den hinteren Tabellenplätzen zu vergrößern. Diese Chance wollen wir wahrnehmen. Ja, Magdeburg hat gerade in den letzten Wochen gezeigt, dass sie immer wieder torgefährlich sind, dass sie viele Torchancen haben, dass sie sehr viel Risiko eingehen in den Spieleröffnungen, auch im Übergangsspiel, dass sie immer mal wieder aus dem Zentrum gute Steckpässe spielen. Es ist eine Übermannschaft zurzeit in der Drittelliga. Nichtsdestotrotz, wir spielen zuhause, wir wollen den Abstand zu den hinteren Tabellenplätzen vergrößern. Wir haben eine riesige Chance dazu und diese Chance wollen wir definitiv wahrnehmen. Für uns ist wichtig, drei Spiele in sechs Tagen frisch zu sein, Personal auf dem Platz zu bringen, die wirklich ausgut sind. Es wird uns nicht 100 Prozent gelingen, aber Max Rheintaler müssen wir ersetzen. Wir haben schon Ideen dahinter, die wir auf dem Platz haben wollen. Außerdem stehen Dustin Wilms und Felix Brand nicht mehr zur Verfügung, weil sie langzeitverletzt sind. Alle anderen stehen uns zur Verfügung und wir freuen uns, dass wir so viele Spiele zur Verfügung haben. Wir haben am Anfang der Hinrunde sehr ordentliche Leistung gebracht, aber einfach zu wenige Punkte eingesammelt. Und dann haben wir eine Phase gehabt, in der wir wirklich sehr lange nicht verloren haben. Natürlich hätte der eine oder andere Sieg dabei raus springen müssen. Meiner Meinung nach sind wir drei, vier Punkte hinter dem, was wir hätten haben müssen. Gerade, wenn man Saarbrücken bzw. Türkei sieht, dass wir Punkte abgegeben haben in den letzten Sekunden des Spiels. Das tut weh, aber 22 Punkte bestehen über den Strich. Wir wollen noch mehr vor Ende des Jahres und wir werden alles dafür tun, Punkte zu sammeln. Klar ist es, dass wir viel zu oft Unentschieden gespielt haben. Wir haben Siege aus der Hand gegeben und das ist schon schade. Vier Niederlagen zeigen, dass wir sehr schwer zu besiegen sind, dass wir sehr konkurrenzfähig sind, auch gegen Spitzenmannschaften. Aber die Unentschieden ärgern uns schon. Wenn man zwei, drei von den Spielen gewonnen hat, dann würden wir wirklich auf einem sicheren Mittelfeldplatz stehen. Aber die Situation ist so, wie es ist. Wir werden aus unseren Fehlern lernen und versuchen, mehr Spiele zu gewinnen, als Unentschieden zu spielen.